Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ich die Abschlussprüfung 2015 A1 gerechnet hätte. Angaben wie immer hinter diesem Link. Wir haben die Strecke AM gegeben, den Radius MC gegeben und wir wissen, dass der abhängige Winkel Phi, der hier unten ist, ist auch schön eingezeichnet. Zunächst soll man aber eben diese Streckenlänge AB1 berechnen für einen festen Winkel, nämlich Phi für 54 Grad. Was haben wir? Wir haben den Winkel, wir haben dazu die Ankathete und wir suchen die Hypotenuse, wenn wir uns dieses rechtwinklige Dreieck anschauen. Und Ankathete und Hypotenuse führt uns zum Kosinus. Also der Kosinus von 54 Grad ist Ankathete 4 Zentimeter durch Hypotenuse AB1 und wenn wir das dann nach AB1 auflösen, erhalten wir 6,81 Zentimeter AB1 mit Mal nach links und dann am Schluss noch Kosinus 54 Grad teilen, damit wir es nach rechts kriegen und damit haben wir unser Ergebnis. Nun soll das Ganze ein Rotationskörper sein und diese gestrichelte Linie ist quasi mein Rotationskörper. Was entsteht? Es entsteht einmal ein Kegel, wenn ich den Punkt B sausen lasse und da wird aber etwas ausgeschnitten, nämlich dieser Bereich und das ergibt bei der Rotation eine Halbkugel. Das heißt, ich muss hier Volumen des Kegels minus Volumen der Halbkugel berechnen. Volumen des Kegels ist ein Drittel mal Radius zum Quadrat mal Pi mal die Höhe. Höhe habe ich gegeben mit MA, das sind 4 Zentimeter, aber den Radius habe ich noch nicht mit MBN. Aber das ist dasselbe Dreieck wie vorher, dieses Mal mit einem abhängigen Winkel Phi. Wenn ich also die Streckenlänge MBN berechnen will, dann ist es die Gegenkathete bezüglich dieses Winkels. Gegeben habe ich die Ankathete, das bedeutet Tangens. Der Tangens von dem Winkel Phi, diesmal ist er abhängig, ist Gegenkathete gesuchte Seite MBN durch 4 Zentimeter. Das heißt, auf beide Seiten mal 4 Zentimeter, dann ergibt sich für meine Streckenlänge 4 mal Tangens Phi Zentimeter. Das hier setze ich jetzt oben in meine Volumenformel für den Kegel ein. Dann erhalte ich 64 Drittel Tangens Quadrat Phi mal Pi. Warum? 4 zum Quadrat ist 16 mal die 4 sind 64, 64 Drittel. Und aus dem Tangens Phi wird, weil es im Radius eben quadriert wird, ein Tangens Quadrat Phi. Das Pi habe ich hier einfach stehen lassen, da muss ich nicht runden und kann das nachher dann noch zu weiteren Aufgaben verwenden. Nun fehlt uns aber noch die Halbkugel. Bei der Halbkugel brauchen wir den Radius MCN, den haben wir aber gegeben mit 2 Zentimeter. Das heißt, 0,5 mal 4 Drittel mal 2 Zentimeter zum Hoch 3 dieses Mal, weil wir ja das Volumen der Kugel haben, mal Pi. Ab 4 Drittel ist das Volumen der Kugel mal 0,5 bedeutet das Volumen der Halbkugel. Wenn ich das jetzt noch rausziehe, dann erhalte ich doch hier 8 Kubikzentimeter mal 4. Das sind 32, davon die Hälfte sind 16, also 16 Drittel mal Pi. Warum ich das so stehen habe, das wird man gleich sehen. Wenn ich das nämlich jetzt zusammenfasse, so wie ich mein Volumen ja berechnen wollte, dann kann ich jetzt hier ausklammern. Hier steht 16 Drittel und auch hier ist ein 16 Drittel drin, denn 64 ist nichts anderes als 16 mal 4. Das haben wir ja hier schon irgendwie verrechnet gehabt. Das heißt, ich klammer hier die 16 Drittel Pi aus, denn das ist das, was bei beiden drin steht. Dann bleibt vorne ein 4 übrig, Tangens Quadrat Phi und hinten bleibt eben nichts mehr übrig, aber nichts bedeutet 1, weil ja am Schluss es wieder gegenmultipliziert werden muss und da muss ja was rauskommen. Also bitte nicht hier hinten 0 hinschreiben, sondern minus 1, das ist der Faktor, der übrig bleibt. Hier steht ja nichts anderes dran als 16 Drittel mal Pi mal 1. Das kann man sich nämlich denken und wenn man das dann ausklammert, bleibt noch der 1er gerade stehen. So haben wir das Volumen berechnet und jetzt ist es ein leichtes, dafür den Winkel 1 zu setzen, nämlich 54 Grad und dann kann ich nämlich das Volumen 1 für phi gleich 54 Grad berechnen. Er gibt 110,21 cm³. Das war es von meiner Seite.